Turbine Medien veröffentlicht, P2 Schreie im Parkhaus, den etwas anderen Weihnachtsfilm in drei verschiedenen Mediabook-Cover-Varianten. Dabei kommt der Film mit Dolby Atmos und Auro, drei D-Tonspuren daher und auch jede Menge Bonus-Material. Die deutsche Cover-Variante, die wir hier sehen, ist limitiert auf 600 Exemplare. Es gibt dann auch noch eine Abbildung ohne das FSK-Sticker-Logo hier auf der C-Card, nehme ich mal an, drauf. Dann haben wir hier sogar noch einen Einblick, wie denn die Disks gelabelt sind und so eine kleine Preview auf das Booklet. Außerdem haben wir hier auch jede Menge Bonus-Material mit am Start. Wie wir hier unten lesen können, ein neues Angst-Level, eben ein Making-of und dann noch weiteres Bonus-Material, wo man optional teilweise auch deutsche Untertitel hinzufügen kann oder einblenden kann. Dann veröffentlicht wird der Film dann schon zeitnah zum 10. Februar 2023. Dann hätten wir hier noch die zweite Cover-Variante, können wir auch groß machen. Und da hätten wir die US-Cover-Variante. Diese ist ebenfalls hier limitiert auf 600 Exemplare. Und dann hätten wir noch ein internationales Cover hier und das ist dann limitiert auf 300 Exemplare. Weiter geht es mit Cape Light Pictures. Da erreichte uns ja gestern die Nachricht, dass die deutsche Oscar-Hoffnung, ja, nominiert für neun Oscars, im Westen nichts Neues, im 4K-UHD plus Blu-ray-Media-Book veröffentlichen werden. Jetzt haben wir auch die Listung bei Cape Light Pictures. So wird das Ganze aussehen. Was ich sehr interessant finde bei Cape Light Pictures ist hier der Hinweis an alle internationalen Kunden, dass sich demnächst hier noch eine weitere Mediabook-Cover-Veröffentlichung hinzugesellen wird, wo es dann einen englischen Titel geben wird und auch ein englisches Booklet. Also das ist auch sehr interessant. Und dann haben wir hier unten bei den Tonspuren auch noch einen interessanten Hinweis, auch hier kommt der deutsche Ton dann in Dolby Atmos daher. Also das ist doch wunderbar. Außerdem haben wir dann noch ein Making-of hier mit dabei, Kino-Trailer und Teaser sowie ein 24-seitiges Booklet. Also tolle Geschichte. 24.03. ist Veröffentlichungsdatum. Das Ganze war auch bei Amazon gelistet, dort sofort auf Bestseller Nummer 1. Ja, hochgesprungen, hochgepusht worden, ist da nicht mehr verfügbar. Aber ihr seht es im Cape Light Shop, könnt ihr euch das Ganze bestellen oder alternativ auch noch bei JPC. Wenn wir schon da sind, dann bleiben wir auch hier. Dann hätten wir Maurice, der Kater. Ich muss bei Maurice mal gegen Julian denken. Hier können wir das Ganze mal groß machen. Wir haben eine deutsche und eine britische Koproduktion. In dem Film geht es um den Kater Maurice eben. Der sprechen kann, ja, sprechende Kater. Aber nicht der gestiefelte Kater. Und der zieht sie zusammen mit ein paar Ratten und dem Jungen hier von Dorf zu Dorf. Das Dorf wird dann von einer Rattenplage heimgesucht. Und da taucht er als Retter auf. Natürlich nicht ohne die entsprechende Entschädigung oder Gegenleistung. Doch eines Tages kommen sie in ein Dorf, bei dem der Plan nicht aufzugehen scheint. Und dann müssen sie natürlich gucken, wieso, weshalb, warum. Also, das wird auch ein sehr toller Familienspaß werden. Ich habe mir vorhin den Trailer angesehen. Veröffentlicht wird das Ganze zum 10.08.2023. Des Weiteren hätten wir noch das Schwert des Gelben Tigers. Ein Eastern-Klassiker, der in zwei wattierten Mediabooks aufgelegt wird. Hier hätten wir Cover-Variante A limitiert auf 500 Exemplare gelistet. Aktuell schon bei Medienversand.at. Wenn wir runtergehen, haben wir auch die ganzen Fassungen dran stehen, die hier mit an Bord sind. Zum einen haben wir eben eine neu remasterte Fassung hier drauf stehen. Eben eine rekonstruierte Fassung, deutsche Fassung, eine Super-8-Fassung, die deutsche 35mm-Kino-Fassung ist hier auch noch mit dabei. Mehrseitiges Booklet, Audiokommentar, Trailer, Slideshow, Interviews. Also da geht es richtig ab. Wie gesagt, Cover-Variante A haben wir hier limitiert auf 500 Exemplare. Veröffentlichungsdatum ist dann der 3.03.2023. Hier haben wir das Ganze nochmal etwas größer. Und dann haben wir natürlich auch die Cover-Variante B. Und die erscheint zeitgleich zum 3.03.2023, ist dann limitiert auf 444 Exemplare. Und da hätten wir auch hier nochmal die etwas größere Ansehung. Wir machen weiter mit Training Day. Und siehe da, auch bei uns wird ein Steelbook veröffentlicht. Da gerade ich gleich jetzt stottern. Es geschehen auch noch Wunder in diesem Land. Ja, nachdem es so aussah, als würde das Ganze nur im Ausland veröffentlicht werden, hat man sich dazu erbarmt, auch in Deutschland ein Steelbook zu bringen. Und zwar zum 2. März 2023. Dabei müsste es sich um das orangene Steelbook handeln. Es gibt ja noch ein silbernes mit ein paar Kugeln hinten drauf. Da müssen wir jetzt dann ein wenig abwarten. Aber die Listung bei CD lässt darauf vermuten, dass es sich hier eben dann um dieses orange Steelbook handeln wird. Das Veröffentlichungsdatum ist hier dann eben entsprechend zum deutschen Release. Also das müsste passen. Und dann machen wir weiter mit Tom Hanks. Das ist ein Mann namens Otto. Da haben wir ja in der Vergangenheit schon darüber geredet. Ist ja ein Remake eines schwedischen Films. Ich glaube, der Titel war ein Mann namens Ove. Wenn ich das jetzt noch richtig im Gedächtnis habe. Und das Ganze wird eben von Sony Pictures veröffentlicht. Und wie wir wissen, releasen die zumindest in Deutschland nicht mehr jeden Titel auf Blu-ray. Dementsprechend sind wir natürlich positiv überrascht und erfreut von der Meldung, dass dieser Film zumindest hier bei uns auch in Deutschland auf Blu-ray erscheinen wird. Und zwar zum 20.05.2023. Da spielt Tom Hanks ja einen alten, verbitterten Mann, der versucht, sich das Leben zu nehmen, nachdem seine Frau verstorben ist und er keinen Sinn mehr im Leben sieht, weil sie der einzige Sinn war, doch im Verlauf eben des Films dann doch noch einiges entdeckt, wofür es sich zu leben lohnt. Dann hätten wir noch eine Ankündigung von Play on Pictures. Die werden Evolution in der Keepcase-Variante veröffentlichen und zwar zum 11. Mai, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Jawohl, 11. Mai 2023, nachdem der Film ja in einem sehr schicken Steelbook veröffentlicht wurde. Und jetzt wird eben dann noch die Keepcase-Variante nachgereicht. Hier mit eben einer gelben Hülle. Passt ja wunderbar zum Film und auch zum Motiv. Außerdem hätten wir noch The Warriors, ebenfalls eine Veröffentlichung, die zuerst im Steelbook erschienen ist. Und jetzt wird hier nachgelegt in der Keepcase-Variante zum 20. April 2023. Und zu guter Letzt hätten wir dann noch den Hinweis Sherlock Holmes. Die legendäre Fälle mit Basil, Rathbone und Nigel Bruce in einer digital remasterten Box exklusiv bei Amazon erhältlich. Sieben Blu-Rays wird es hier geben. 14 der bekanntesten Fälle wurden hier mit draufgepackt. Das lesen wir unten in der Beschreibung nochmal aufwendig im UCLA Film- und Fernseharchiv von 35 mm abgetastet, restauriert und digitalisiert mit jeder Menge Bonus-Material angereichert. Wir haben hier Audiokommentare, alternative Synchronfassungen, Interviews, alternative Vor- und Abspänne. Ihr lest es hier. Hörspiele sind mit dabei. Also da geht es richtig ab. Studio ist mal wieder Play on Pictures. Das Ganze passiert hier oder wird auf jeden Fall hier Amazon exklusiv veröffentlicht. Wie schon gesagt, hier zum 11. Mai 2023. Und damit bin ich raus, meine lieben Filmfreunde. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Auf bald und Servus. Ich bedanke mich fürs Zusehen.